Das ist das neue kleine Projekt, das ich habe. Einen alten Dell Optiplex GX260. Ich habe schon einige Zeit damit verbracht. Zuerst habe ich damit angefangen mir das System anzuschauen. Installiert war Windows XP, natürlich vollkommen veraltet und die Leistung war auch wirklich schlecht. Man konnte damit wirklich kaum noch arbeiten, es war alles sehr langsam. Der Dell Optiplex GX260 hat einen Pentium 4 Prozessor und es waren installiert 1,25 GB RAM DDR2 natürlich. Das ganze stammt aus dem Jahr 2006. Eine 80 GB Festplatte ist drin. Wie man sehen kann, DVD-Laufwerk und ein Diskettenlaufwerk. Ein ganz witziges Design, das ich vorher noch irgendwo gesehen habe. Zum Beispiel hier vorne die Klappe mit USB-Eingängen. Aber eben auch diese Möglichkeit das Gerät zu öffnen, das werde ich gleich machen. Meine Frage ist, kann ich darauf eigentlich Windows 10 gut laufen lassen oder sollte es lieber bei einem Betriebssystem bleiben, das etwas weniger anspruchsvoll ist, wie Lubuntu oder vielleicht Linux Lite oder etwas vergleichbares. Die Art und Weise wie man das Gerät öffnet ist halt schon witzig genug. Aber tatsächlich ist es auch ganz schön praktisch, denn an beiden Seiten des Gehäuses sind Teile montiert. DVD-Laufwerk, Festplatte und auch hier noch kleinere Geräte, USB-Eingänge etc. Hier haben wir RAM, Lüfter mit Prozessor, eine Grafikkarte, die ich noch nachträglich eingebaut habe. Ursprünglich war keine drin. Hier habe ich noch eine, die ich in einem anderen Video mal gezeigt habe, eingebaut. Nvidia Quadro NVS 285. Hier haben wir das Netzteil unten und nochmal Lüfter. Wie gesagt, hier waren 1,25 GB RAM drin. Ich habe ein bisschen aufgerüstet, damit das System natürlich besser läuft. Mindestvoraussetzung für Windows 10 ist 1 GB RAM. Ich habe noch alte DDR2 RAM-Bausteine gehabt. Die habe ich eingesetzt. Jetzt ist das ganze System aufgerüstet auf insgesamt 3 GB RAM im Dual Symmetric Modus. Das ist wahrscheinlich das gleiche oder der Vorgänger von Dual Channel. Die CMOS Batterie musste ich ersetzen. Da gab es eine Fehlermeldung, damit die BIOS-Informationen gespeichert werden können, ist da eine neue drin. Das ist mein kleines Installationswerkzeug. Hier ist UMI installiert und mehrere Betriebssysteme, die ich darauf habe, zum Ausprobieren. Und damit werde ich gleich Windows 10 installieren in der 32-Bit-Version. habe ich gesteigos mit meinem troublesome Anneliese gegeben. erst einmal sollen die updates installiert werden wie man sieht sind das jede menge darunter werden auch sehr viele treiber sein um das system zum laufen zu bringen so wie es sollte mal schauen ob es nach den updates tatsächlich besser wird der ganze prozess dauert jetzt schon ungefähr zweieinhalb stunden und es sind immer noch treiber zu installieren weitere updates die noch laufen müssen und windows hat immer noch nicht audio und videotreiber installiert so dass das system noch immer nicht wirklich arbeitsfertig ist mal schauen ob wenn es das noch alleine schafft oder ob ich noch selbstständig treiber aussuchen muss damit das läuft das system ist immer noch recht langsam aber windows 10 läuft stabil ist funktioniert man kann schon damit arbeiten für wenig anspruchsvolle user eigens sich das bereits aber ich würde gern mehr rausholen was natürlich machen kann dass bei windows selbst einiges verändern indem man funktionen deaktiviert die das systeme schneiden man kann cortana ausschalten auch wenn microsoft ist nicht so gerne sieht man kann andere ressourcen schonendere browser installieren für surfen man kann apps die sich mit und selbst installieren bei windows deaktivieren so dass das system insgesamt ein bisschen an performance gewinnt aber das ist nur ein kleines schrauben an windows ich würde gern ein paket haben dass es auch so schon läuft damit ich die treiber die fehlen nicht manuell suchen muss habe ich jetzt einfach mal ein programm installiert das heißt driver max und dieses programm habe ich schon feststellen können eignet sich ganz gut um fehlende treiber zu finden normalerweise mag ich diese automatisierten treiber suche nicht aber gerade für die treiber die windows selbst nicht findet finde ich es eigentlich ganz praktisch das habe ich schon bei mehreren systemen getestet und dachte ich probiere das auch hier noch mal aus das programm sucht die treiber automatisch es ist ein längerer prozess und sobald fertig ist installiere ich die treiber tatsächlich hat driver max es geschafft die richtigen treiber heraus zu suchen er hat die grafikkarte erkannt was windows selbst nicht geschafft hat und hat die passenden treiber installiert und auch das eingebaute sound system von den optiplex gx260 ist nun erkannt und mit den treiber installiert so dass man auch ohne boxen anzuschließen einen zwar nicht besonders guten aber immerhin brauchbaren sound hinkriegen kann das system ist nun soweit fertig und ich starte die benchmark ich benutze dazu wie gewohnt performance mark 9 damit man auch vergleichen kann wie die werte so sind zwischen den systemen die ich hier wieder aufbaue und prüfen das programm driver max hat zwar die passenden treiber für die grafikkarte gefunden und installiert allerdings funktioniert die grafikkarte trotzdem nicht so wie sie soll man kann zum beispiel die maximal auf lösung der grafikkarte nicht einstellen und so weiter deswegen gehe ich jetzt doch noch mal über nvidia selbst und versuche passende treibungen manuell zu finden und auch die support programme zu installieren damit das ding dann tatsächlich richtig läuft die passenden treiber für die grafikkarte sind installiert man merkt das auch sofort dass die höhere auf lösung eingesprungen ist die maximal auf lösung dieses alten monitors und alles läuft eigentlich recht gut ich bin überrascht sieht gut aus es läuft relativ flüssig ich lasse jetzt noch den performance test laufen um zu schauen welchen score dieses system nun erlangt nachdem alles fertig ist während der benchmark arbeitet das system unter voll belastung und dann hört man auch wie es mit windows 10 unter vollen belastung zurecht kommt aber man hört dass der computer schwer zu arbeiten hat die benchmark ist fertig und das ist vielleicht die niedrigste wertung die jemals bekommen habe aber ich sehe auch dass das bewertungsverfahren nicht ganz optimal gelaufen ist da scheint auch irgendwas nicht ganz zu stimmen man muss es also relativieren ich denke wenn windows 10 tatsächlich hier relativ flüssig läuft dann ist die benchmark nebensächlich denn man kann mit dem system arbeiten ob das auch gut funktioniert das werde ich gleich testen indem ich einmal eine office anwendung starte und ausprobiere youtube video in verschiedenen auflösungen laufen lasse und gucke wie das mit dem ladezeiten ist und mit der auflösung selbst darstellung und danach kann ich das für mich ein bisschen beurteilen das ist jetzt der streaming test mit youtube ich habe schon meine seite geladen das hat eine ganze weile gedauert schauen wir jetzt die performance von video selbst ist ja man sieht viele ladeverzögerungen frame skips man wechseln in den vollbrück modus gab es eine starke verzögerung das kommt zu buffering problemen ja so macht streaming keinen spaß windows 10 ist auf diesem system also für streamen nicht geeignet jetzt kommt der office test ich habe libreoffice installierten die neuesten version starte es einfach mal und schauen mal wie es dauert bis das system das programm geladen hat und was man wirklich arbeiten kann dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich finde für Office mit LibreOffice geht das jetzt ziemlich gut und damit lässt sich sagen, den alten PC von 2006, den Optiplex GX 260, kann man mit Windows 10 32 Bit heute noch ausstatten. Das System selbst läuft mehr oder weniger stabil, es läuft okay von der Performance her, leider reicht es zum Streamen nicht, dafür bräuchte man mehr Arbeitsspeicher oder aber ein Betriebssystem, das selbst weniger Arbeitsspeicher benötigt. Für das Arbeiten, für Office-Anwendungen wie zum Beispiel LibreOffice geht das halt gut. Man könnte sagen, man darf das System so lassen, je nachdem, was man damit machen möchte. Die Gegenprobe, ich lasse jetzt mal Ubuntu über einen USB-Stick laufen und mache dasselbe noch einmal mit den beiden Tests für das Streaming und das Office-Arbeiten und dann schaue ich mal, ob es darüber besser klappt. Die Gegenprobe, ich lasse jetzt mal, ob es darüber, dasselbe noch einmal mit den beiden Tests für die 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 beiden Tests. Die Gegenprobe, ich lasse jetzt mal, ob es darüber, dasselbe noch einmal mit den beiden Tests für die beiden Tests für die beiden Tests für die beiden Tests. Wie zu erwarten schlägt Ubuntu in der Performance natürlich Windows 10 um Längen. Für dieses alte System ist also Windows 10 leider unbrauchbar. Man hätte natürlich mit vielen diversen Einstellungen Windows 10 performanter machen können, aber all die Arbeit spare ich mir und studiere lieber doch die Linux-Distribution, die von sich aus schon gut ausgelegt ist für dieses alte System. Bis zum nächsten Mal.